69,09. Also das ist ja die absolute Lackzahl. Da kann ja nur was Positives rauskommen. Ciao meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Case Opening auf Zero Skins Try Your Luck. Heute haben wir 527 Dollar am Start und ich sage euch, wie immer sonst auch, zum Anfang, den Weg, den ihr nutzen könnt, um hier mit dem Plus rauszugehen. Der Disclaimer, also das Glücksspiel ab 18 ist und so weiter, kommt dann gleich. Ich hatte nämlich letztes Mal weiter aufgenommen und der Teil folgt. Also, Zero Skins nutzt ihr wie folgt optimal. Zuallererst geht ihr aufs Benefit Center und klickt danach auf Few Details hier bei Daily Case. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier ist diese Daily Case, die kann man kostenlos öffnen. Da können diese Sachen drin sein. Ich öffne die Daily Case und hoffe auf irgendwas Krasses. Hey, Achtung, na, oh, schade meine Damen und Herren. 50 Cent bzw. 0,5 Coins habe ich bekommen. Da steht jetzt hier unten, dass ich mir die freischalten könnte, würde ich 3 Coins einbezahlen. So, jetzt ist bei euch die Überlegung, will ich das machen? Also, 3 Coins einzahlen, um 0,5 zu bekommen, ja oder nein? Wenn ihr irgendwas Größeres bekommt, wie zum Beispiel diese USP oder das hier oder hier oben irgendwas, klar, da ist die Überlegung wahrscheinlich nicht allzu lange. Das hat man dann schnell durchdacht. Wenn ihr das dann machen wollt, also ihr habt zum Beispiel diesen Daryl gezogen oder die M4 und ihr wollt das Zeug haben, dann geht ihr hier auf Try Task und dann kommt ihr direkt auf den Einzahlungsbildschirm. Hier könnt ihr dann diese 3 Coins, also 3 Dollar, 2,52 Euro einzahlen. Dann könnt ihr diese Wumme, die ihr bekommen habt, auszahlen. Wartet davor aber noch, geht erstmal noch auf die Free Case und ballert da noch rein. Denn wenn ihr gerecharged habt, könnt ihr dann hier den Gewinn, den ihr hier rauszieht, auch auszahlen. Und daraufhin, meine Damen und Herren, kommt der ultimative Weg, da ihr jetzt eben schon 3 Dollar eingezahlt habt, beziehungsweise 3 Coins. Geht ihr auf Giveaways? Dann geht ihr auf Stream Room und danach klickt ihr hier auf unseren, einfach Join Room. Batsch, da sind aktuell 284 Coins und 61 Cent drin. Denn diese Gewinne gibt es, wir haben sogar schon 13 Leute sind drin, holy shit, okay, das ist heftig. Das Video kommt erst am Mittwoch, ich glaube, da ist der Raum dann wahrscheinlich gerade wieder genullt und es gibt wieder neue Gewinne für euch. Aber merkt euch, wenn ihr diese 3 Coins eingezahlt habt, in diesem Zeitraum, dann könnt ihr in den Raum rein. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch einen Bonus, wenn ihr auf Task Center geht. Und zwar steht hier unten euer Daily Recharge Bonus. Die bekommt ihr dann auch noch, weil ihr ja 3 Coins eingezahlt habt, bekommt ihr nochmal mindestens 0,3 Coins obendrauf. Mit dieser Herangehensweise holt ihr aus der Seite so viel oder eben alles raus, was für euch möglich ist für den geringsten Betrag. Also kurzum, wenn bei dieser Daily Case nichts Gutes rumkommt, dann zahlt ihr keine 3 Coins ein, sondern wartet bis zum nächsten Tag. Und geht dann einfach wieder auf Benefit Center und guckt euch die Daily Case an und vielleicht kriegt ihr dann was. Und wenn ihr da einen Dollar gewinnt oder zwei, könnt ihr euch ja schon überlegen, naja, wenn ich jetzt 3 einzahle, kriege ich schon mal wieder einen zurück. Also habe ich dann nur zwei eingezahlt, ich kann direkt ins Giveaway rein, ich kann diese 3 Coins mir auszahlen lassen und so weiter und so fort. Jetzt kommt der Teil von letztem Mal, den ich schon voraufgenommen habe für euch. Ich werde also anders aussehen, nicht wundern. Bitteschön! Und da sind wir wieder back auf Zero Skins, try your luck. Wir sind letztes Mal stehen geblieben mit der Secret Exploration, die ich gleich weiter hustlen werde. Wir waren ja kurz vor Level 5 und das werden wir jetzt noch richtig pressen, denn ich möchte gucken, was das 9 für so wert ist. Aber davor kommt wie immer der Disclaimer, dass Glücksspiel, Gambling und so weiter und so fort ab 18 Jahren ist und dass man das nur dann machen darf, also selbst machen darf, wenn man sich selbst und sein Geld unter Kontrolle hat. Schön in Mind behalten. Es gab, ich hätte schwören können, eine Zeit irgendwo, wo dein Stand, wie lange dein Stand hier bleibt. Was auf jeden Fall noch, oh Win Record, noch sinnvoll wäre, ist, dass es hier oben auch nochmal Unterscheidungen gibt. Wir sind hier im Recommended Mode, es gibt The Progress Bar, also das ist natürlich von der Mache her dasselbe, also das ist alles gleich, was du hier machst und so weiter und so fort. Die Sachen sind halt unterschiedlich teuer, wenn du hier bei Recommended Mode reinguckst, ich weiß nicht, warum der auch Recommended Mode heißt. Achso, nee, halt, stimmt, das war letztes Mal auch. Das hat hier noch nicht hingepasst wahrscheinlich, das fehlt hier. Es gibt auch den Normal Mode und dann den Add High Magnification Pattern, das ist dann das hier. Na egal, komm, wir machen jetzt schon das, was wir uns vorgenommen haben. Also, die Skeleton Case wollen wir auf Level 5 bringen und dieses wunderbare, hoppala, dieses wunderbare Skeleton bekommen. Nein, keine Groundwater. Also, wir rödeln rein und wollen hier auf Level 5. Gott verdammt mich. Es hat ja bei dem anderen auch geklappt. Letzte Folge habt ihr bestimmt gesehen, falls nicht reingucken, meine Damen und Herren, da hab ich bei einer teureren Kiste einfach mal ganz locker, bin ich einfach durchgerannt und hab das ganze Teil gerissen. Also, alle, die sich jetzt fragen, hey, was machst du hier, weil ihr vielleicht das erste Mal hier seid, da würde es sich entweder empfehlen, dass man sich die anderen Videos auch anschaut oder ich sag's dir ganz kurz, ich bin in einem Modus, wo ich immer diese 5 Dinge aufmachen kann, ich kann's auch einzeln anklicken. Wenn dieses Item drin ist, dann komm ich ins nächste Level, das wäre somit das letzte, da krieg ich nur ein Knife. Die Chancen auf das Knife sind da 100%. Ja, und wenn das nicht dabei ist, das Zeug, hab ich vielleicht was anderes Cooles oder halt einfach gar nichts. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Wir gehen jedes Mal mit 5 Dollar rein und können uns so auch recht leicht ausrechnen, wie hoch eben das Minus, das wir gemacht haben, war, beziehungsweise wie stark wir mit dem Plus reingerasselt sind. Im letzten Video hab ich ja, glaube ich, mit 600 Dollar begonnen und hab dann aufgehört bei, hätte ich alles verkauft bei 1300, 1400 oder sowas, also da sind wir richtig, richtig, richtig dick ins Plus. Ich glaube, so fett waren wir noch nie im Plus. Also wir haben mehr als das Doppelte rausgeholt. Mal gucken, was jetzt hier ist. Ich hab mein Geld jetzt auch nicht aufgeladen oder aufladen lassen, weil ich ja direkt weiter aufnehme und es auch nicht brauchen werde für das Video hier, beziehungsweise zumindest nicht für diesen Teil. So, okay, läuft, läuft, läuft. Oh, oh, Leute, da ist auch wieder ein kleines Plus reingekommen. Also wir wollen hier, das ist unser Ziel, auf jeden Fall auf das Fünfer kommen, weil ich dieses Neif will. Aber wenn dann hier so kleine Stinke-Sachen kommen mit 20 Cent, dann ist es natürlich erschwert. Und falls jetzt ganz neue hier dabei sind, ihr könnt euch hier auf Zero Skins try your luck kostenlos anmelden, einfach mit irgendeiner E-Mail und irgendeinem Passwort. Das finde ich schon mal ultra nice, dass man nicht mit seinem Steam-Account irgendwas machen muss, sondern komplett clean über eine neue E-Mail, neues Passwort, bumm, zack und fertig. Und wenn ihr dann hier halt daddeln wollt, könnt ihr aufladen. Aber ihr müsst den Disclaimer am Anfang auf jeden Fall gehört haben. Ab 18, euch selbst unter Kontrolle haben und euer Geld. Ihr könnt einfach auf Deposit gehen und hier Geld einzahlen über Klarna, Direktüberweisung oder GiroPay und so weiter und so fort. Oder über Skins. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Exploration. 128 Dollar haben wir noch. Wir dödeln hier rein und ich will ins letzte Level. Aber jetzt zack ich. 3,64 Dollar. Das ist schon echt ein bisschen arg schmal. Also wir gehen hier immer weiter ins Minus. Stück für Stück für Stück. Gehen wir runter. Auch wenn es nur ein Dollar ist. Aber pro Drückung fallen wir. Oh, da sind wir stark gefallen. Wir brauchen unbedingt wieder ein Plus. Ein richtig schönes Plus mit 10, 20, 30 Dollar oder noch mehr. Also wenn das Knife kommen würde, das ist ja sicherlich 100 wert mindestens, oder? Wahrscheinlich mehr. Dann wären wir natürlich wieder sehr gut im Plus, das ist klar. Es kommen so oft diese 3,76 Dollar oder 4 Dollar oder halt auch mal sowas rein, wo du dann so gar ein bisschen im Plus bist. Aber es will einfach nicht dieses Kniftelchen kommen. Das ist vielleicht jetzt auch zu viel verlangt. Gerade für Neue, die sich sagen, hey ja, ein Knife, sowas ist halt, die Chance ist sehr gering. Also wenn man hier sieht, man kann, oder man hat die Chance zu 10% hier was von den Roten zu bekommen. Und die Knives haben sicherlich nochmal eine kleinere Chance als jetzt hier, so eine Griffin. Aber wenn man hier vorne an den Anfang schaut, um kurz zu sehen, wie ich das meine mit, warum kommt das? Ach schade, das wird hier nicht aktualisiert. Doch. Ja, also du hast damit unter Dinge, die kommen ums Verrecken nicht. Also ich hatte hier in dem Fall, den Fall, dass die hier nie kam, diese Tooth Fairy, aber dafür das Knife, das viel, viel mehr wert ist. Aber ich brauche die Waffe, um aufzusteigen. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Und ja, ich habe hier ein grünes Tour in der Hand, mit dem spiele ich rum. Deswegen wird das so ein bisschen, da werde ich so ein bisschen gekillt. Na komm, 7,56, wieder ein bisschen Plus gemacht mit den beiden Barock-Prippels. Um vielleicht ganz kurz hier was anderes reinzubringen. Oh, na also, na also, viele von euch, von den Bubblern, haben in dieser einen Case hier ordentlich reingelackt. In dieser Sheer the Wolf Case. Eine sehr günstige Case, die kostet nur 54, 51 Cent. Und Kredl zum Beispiel hat hier schon ein Knife rausgezogen. Und hat übrigens dieses Knife, Leute. Er hat mir das gestern, heute, gestern im Livestream geschenkt. Er hat gesagt, hier komm, für ein Giveaway. Also das werdet ihr auch erhalten. Dieses Knife, dieses Tiger Tooth, das Kredl hier gezogen hat in dieser Case. Wow, ist das laut. Geht auch an euch. Richtiger, richtiger Ehre, Mann. Kredl, komplett insane. Ich mache jetzt hier auch ganz kurz 5 auf. Achtung, wir haben übrigens ein Gold bekommen. Revolver. Ja, okay, okay. Achtung. Vielleicht direkt noch ein. Noch ein kleiner Revolver. Wie ist das aus? Rauchrevolver, ah, schön. Das war uns ganz wichtig, das festzustellen, dass, auch wenn das nicht offiziell bestätigt ist, aber, dass halt diese 5%, die auf diese roten Items fallen, nicht 5% pro Item, also, ja. Da ist der Revolver schon recht hoch dabei mit wahrscheinlich 4,5 oder was weiß ich. Und der Rest teilt sich dann den Rest auf, ne. Also das ist ein Case, da haben die Bubbler schon ganz gut was rausziehen können. Vor allem, wenn du halt in meinem Giveaway dann auch noch was gewinnst und in diesem Daily Giveaway was gewinnst, einen Dollar oder sowas, mit dem du hier rein kannst, ja. Da kann man dann schon mal ganz genüsslich was rausziehen. Wenn ich überlege, Kredl hat nur ein einziges Ding aufgemacht oder zwei. Und da hat er ein Knife bekommen. Nicht bei 5, sondern bei einem. Trockel, das ist wirklich pure luck, Monsieur, pure luck. Gut, ich gehe aber wieder in die Secret rüber, weil ich jetzt hier nicht das ganze Geld verballern will. Was ich hier ganz angenehm finde, ist, dass die ruhig ist, die Secret. Gut, also wenn die Gewinne reinkommen, ne. Natürlich fände ich es ja auch gut, wenn hier so was, so, zzzz, zzzz, zzzz. Irgendein Geräusch kommen würde, wenn die Sachen aufgehen. Das macht das Zocken einfach nochmal ein bisschen schicker, ne. Deswegen haben wir auch Spielautomaten in der Spielothek. Laute Geräusche, Musik und wenn was kommt und was weiß ich alles. Also das fehlt hier auf jeden Fall, nach wie vor. Ich habe schon geschrieben, dass wir uns da was wünschen würden. Und Zero Skins hat gesagt, sie kümmern sich darum, aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Da müssen wir doch irgendwie durchkommen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier nicht auf das fünfte Level kommen. Es hat so einfach und schnell gewirkt letztes Mal. Also im letzten Video bei der anderen. Die war halt teurer, da habe ich dann wie viel hingelegt? Ich glaube 17 oder 18 Dollar pro Fünferdrehung. Aber trotzdem, da hat man gemerkt, da kommt was rum. Da sind auch die, also da haben wir einen Riesenplus eingefahren. Das war nicht mehr normal, was da reinkam. Also hier auch schon, hier auch schon. Aber ich bin dann damals umgestiegen oder letztes Mal umgestiegen auf die hier. Ne, war das die doch, das war die. Und da ist dann auch ordentlich, da ist es ordentlich geplätschert. Aber wir bleiben hier. Ich will ins fünfte Level. Ich will es schaffen. Ich will es heute nochmal schaffen. Dann habe ich es in zwei Videos hintereinander geschafft, hier auf Level 5 zu kommen. Mit dieser Exploration. Oh, wieder 11 Dollar, ne? Also 33, Alter. Ne Wasteland Rebel. Auf die habe ich richtig Bock. Die legen wir uns mal schön ab, Leute. Da wären wir ja schön blöd, ne? Wenn wir die nicht ablegen würden. Die liegt im Beckelpack, nicht wahr? Yes. Sehr gut. Die ist geil. Aber was auch geil wäre mit dieses Kniftelchen hier. Also bitte. Hm, 7 Dollar wieder plus. Okay. Also es wird gerade wieder gegönnt. Der Charme der Exploration ist auch nach solchen Runden meist da und schlägt durch. Oh, oder auch nicht. Auf. Mach mal. 11 Dollar. Na also. 3,64 schon wieder. Das ist ein ganz langsames Abbäumen hinunter. Kurzent 20 Cent. Das war ein schnelles Fallen. Wahrscheinlich war bei der anderen Case, waren die Chancen höher. Also diese Chancen hier. Wisst ihr, weil die Sachen nicht so teuer waren. Die dann hier drüben schlussendlich waren. Also nicht so teuer im Vergleich zum Einsatz. Glaube ich. Da habe ich vielleicht mehr Prozent auf dieses schlussendlich wichtige Item gehabt, um ins nächste Level zu kommen. Oh. Ich habe kein Geld mehr. Ich bin ja schon leer gelaufen. Ich zeige es euch ganz kurz. Also es war die hier. Viertes Ding. Ja, ja. Also wenn man sich so anguckt, oder? Die sticht jetzt nicht so extrem heraus. Gegenüber diesen ganzen Asimov-Dingern. Da haben wir durchgeaset bei dem Teil. Das war echt krass. Und was da an Plus rumkam, was da an riesigem Plus rumkam, mit der hier, 129, mit der hier 443 und dann auch noch mit der. Also alleine das sind ja schon 760 Dollar. Das war insane. Machen wir halt kleinere Dinger hier auf. Mache ich halt von Hand. Das letzte Geld drücke ich von Hand rein. Oh Mist. Oh. Oh. Von Hand ist direkt Pech. Irgendwie. Oh. Von Hand ist direkt Ultrapech. Leute, ich glaube, da muss ich gleich nochmal ein bisschen aufladen. Das geht ja gar nicht hier. Warte mal, warte mal. Noch ganz kurz die, die. Hier. Shearing the Wolf. Cradles. Lieblingskiste. Und ab dafür. Da kommt das große Geld angeflogen, meine Damen und Herren. Freut ihr euch schon? Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Oh ja, das wird was. Das wird was. Und zwar mit diesem. Oh. Wie knapp. Nicht wirklich knapp. Nee. Knapp war es nicht. Und wisst ihr was? Ich habe doch den Progress gesucht bei dieser Secret Exploration. Guck mal, hier steht er doch. Da oben rechts. Bin ich blind? Den habe ich letztes Mal so hart gesucht. Also wenn ihr auf irgendeine Exploration draufklickt, dann seht ihr hier oben den Progress. Wie lange der für euch erhalten bleibt. Saikusa hat hier übrigens Ultra reingecached. Also wenn ich ihn verstanden habe, hat er über 1000. Warte mal kurz. Alles klar. Er ist mit 1400 Gewinn raus. Saikuschen ist doch wahnsinnig. Aber nicht hier, sondern bei der Einser. Also so wie ich ihn verstanden habe, war er hier drin und er ist mit dem Gewinn raus. Also das ist insane. Denn da gibt es übrigens auch noch was für die Livestreams von ihm für uns. Und zwar, ich glaube, eine AK-47 Empress in Minimalware gibt es dann für uns im Livestream. Echt nice, dass wir das in der Partnerschaft von Zero Skin schon rausholen konnten. Also für uns alle, aber auch einzelne Leute für sich. Also da muss ich auch ganz klar nochmal sagen, vielen Dank an Zero Skins, dass ihr mich angeschrieben habt. Also wirklich zuckrig. So delayed. Jetzt sind wir bei ungefähr 10 bis 11 Minuten Video Laufzeit. Und ich habe mir für den Rest noch Folgendes überlegt. Wir gucken jetzt nochmal bei diesem Lucky Progress rein. Ich weiß, dass viele das machen. Also auf anderen Seiten oder auch hier mit diesem Hin und Her geupgradet. Und das scheint eben was zu sein, was man sich gerne anguckt. Wir nehmen jetzt diesmal direkt was Größeres. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Wir gehen mal hier in dieses Knife rein. Und schauen mal, wie weit wir hier kommen. Ja, ich dattel ein paar Mal rein. Wenn wir fett ins Minus gehen, gehe ich raus und mache dann auch was anderes. Wir haben 30% diese Mangroven Handschuhe zu bekommen oder gar nicht. Also ja gut, oder was für 2 Cent oder sowas. Ich mache das jetzt einfach 3 Mal. Und wenn alle 3 Mal nichts kommt, dann werden wir was anderes machen. Versuch Nummer 1 und weit gefehlt. 1 Cent. Again. Los geht's. Also es ist wirklich böse, wenn du so auf den Arsch fällst. Also... Oh. Na also. Na also. Sehr schön. Und jetzt ist direkt die Überlegung mit dem Vorwissen, das wir haben, dass ich von diesem Schritt zum zweiten schon immer Probleme gehabt habe. Ja. Soll ich das probieren? Ob das was... Ja, ob das was wird? Also ich meine, um die Mangroven-Dinger ist es mir jetzt nicht allzu schade, weil wir die eh schon mal rausgezogen haben. Und die habe ich auch schon auf dem Steam-Account für euch. Für ein Giveaway. Von daher zweimal dasselbe. Ist ja Quatsch, ne? So ein Flipknife-Doppler würde ich schon gerne noch ausprobieren. Obwohl es an sich... Guck mal, das ist ja überhaupt kein Plus. Das habe ich letztes Mal schon festgestellt, ne? Dass wir von hier nach da irgendwie kaum was machen. Kaum Plus. Wir machen nur wahrscheinlich gleich 68 Minus. Das sehen wir jetzt. Achtung. Vorsicht. Ich halte mir einfach mal die Augen zu. Und dann genießen wir mal dieses Minus. Weil bis jetzt hat es halt immer echt fett, fett, fett auf den Arsch gegeben. Achtung. Ich mache es jetzt noch zweimal und gucke, ob ich einmal die Handschuhe bekomme, um weitergamblen zu können. Also ich nehme die da einfach und verkaufe die später wahrscheinlich. Einfach nur, um nochmal was in der Hinterhand zu haben. Aber das sieht nicht gut aus, Monsieur. Das Spiel hat uns gehört. So von wegen, der will jetzt direkt rausgehen, wenn ich ihm was gebe. Ne, der kriegt gar nichts. Der kriegt gar nichts. Ne, komm mal, komm mal. Oh. Vielleicht muss ich nochmal ein drittes Mal rein. Kann passieren. Achtung, los geht's. Aua, aua, aua. Aua, na, 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 oh, oh, so knapp. Ach komm, gehen wir runter auf 400. Wenn wir schon so weit sind, gehen wir halt runter auf 400. Falls das bekommen, ist es immerhin ein kleines, ein kleiner Wermutstropfen. Aber wenn nicht, dann, oh, ich geh. Oh, shit. Aua. Das tut wirklich weh. Aber wisst ihr was? Wir können direkt bei der Lucky-Geschichte bleiben, denn jetzt können wir auch mal in die etwas größeren Sachen rein, wo wir so gut betucht sind. Wir gucken mal um den Spaß, was so eine Acker-Habibi-Riri-Riri kosten würde. Guck mal, wenn ich runtergehe auf 5%, wird das nur 111 kosten. Was ist die Wert am Schluss? Ich nehme an Richtung 2000 oder was? Wow. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit, so viel Geld reinzuballern. Wir können mal ganz kurz. Wisst ihr was? Wir gehen mal in dieses Knife. Achtung, das sind ja nur 90. Also gehen wir hier. Warte mal, wenn wir uns hier die 30% machen, dann haben wir dasselbe wie eben bei dem Lucky Progress. Sehen wir, das war nicht doll. Das ist natürlich ein Stückchen. Aber wir versuchen es. Hier klackert es auch. Denkt dran. Ja. Ah, okay. Hat ein bisschen gedauert, aber hier klackert es. Warum hat man das nicht einfach überall? Oh. Na also. Jetzt sind wir da im Rennen, Leute. Boah, hast du gerade noch eine Highbeam bekommen für 50 Cent. Okay. Das ist schon mal ein gutes Feeling. Weil wir jetzt wissen, wir haben was im Rucksack. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin echt ein Köttel, aber ich mache es einfach. Ich gehe jetzt auf 50%. Jetzt bei 50% denkt man, dann kriege ich das ja wieder. Aber 50% ist ja theoretisch, also auch praktisch, jetzt nicht so viel. Aber ja, die Chance ist ja da. Und? Oh, bleib doch stehen, du Sack. Ah. Shit. Oh, ne Ghost Crusader. Lecker, Alter. Verkauf ich direkt. Tschüss. Okay, einmal noch ein Roll bei 5%. Einfach nur um den Spaß. Das muss man mal gemacht haben. Ist es ganz wichtig für den Lebenslauf, weißt du? Komm. Komm. Na also. Oh. This is so sad. Can we hear you feel the lay? Pass auf, jetzt gehen wir eins höher. Was heißt eins höher? Alter, von 90 auf 900. Warte mal. Wir gucken mal generell noch bei den Knives. So. Äh, ich, ich würde gerne einfach, äh, Dingens hier. Einfach von, von, hier. Price from high to low. Da, weißt du, es steht ja sogar in Gelb und ich seh's nicht. Blindfisch. Guck mal, wir gehen mal in so ein grünes rein. Ja, extra für Pudding. Auf. Was soll's, Leute? Was soll's? Da machen wir jetzt. Okay, wisst ihr was? Wir machen, wir machen jetzt genau 69. Ja, es geht nicht. Das ist, das ist das Nächste. Dass wir an 69 rankommen. Wir versuchen's. Wir versuchen's. Also das wäre natürlich schon, äh, das wäre nice. Ein schönes grünes. Los geht's, komm. Drück. Drück meine Reihen auf. Wir brauchen ja nur einen reingeorgelt mit Gerhard, ne? Ah. Ah. Komm schon. Nein. Oh, fuck. Oh, Gottes Willen. 1,41 Dollar. Ne Warm, Gott. Tschüss. Ah, komm, 5% auf. Hopp, jetzt bei 5 geht's immer. 5 ist immer sowas, das funktioniert halt. Jedes Mal, jedes Mal klappt das. Bisschen slow, ne? Bisschen slow. Ein weiteres Knife würde ich schon gern noch rausziehen. Guck mal, so ein Autotronic. Da kann man doch bestimmt mit 5% was reißen. Was krieg ich mit 69? Oha, 69,09. Also das ist ja die absolute Lackzahl. Da kann ja nur was Positives rauskommen. Alter. Okay. Die 69 ist es. Holy shit. Leute, 209 Dollar. Das war, äh, war lecker. Das hat Spaß gemacht. Jetzt kommt halt die Frage, traue ich mich doch hier reinzugehen mit 5%. Eigentlich nicht. Vor allem jetzt nicht, wo ich schon so tief bin. 111 Dollar einfach weg, wegschmeißen für irgendwas, was dann, keine Ahnung, 5 Cent wert ist oder sowas. Oder halt ein Dollar. Das geht ganz stark in die Richtung, äh, 500 Dollar Case aufmachen und direkt verlieren. Ganz stark. Also da weiß ich nicht, ob ich mich da sehe. Wisst ihr was? Wir machen was anderes. Wir machen was anderes. Aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das das nächste Mal sehen wollt. Dass ich bei Lucky Items hier diese Aki Habibi, äh, Habibi einmal öffne. Und zwar auf 5% für 111 Dollar. Sagt ruhig mal an, ob ich das machen soll. Also, wir haben diese Case auf jeden Fall neu. Die ist brandneu. Die kenne ich noch nicht. Eine 1 Dollar Case. Da machen wir auch direkt 5 auf. Und weil die neu ist, gibt die mir bestimmt ganz viel Glück. Ja, aber alle guten Dinge sind natürlich 3. Wie jeder weiß. Also von daher, äh, bumm. Uff. So, jetzt gönnen wir beim dritten Mal auf. Ich nehme einmal so eine, äh, Wildfire FN. Und dann hat nochmal so eine Mecca. Und dann, äh, nochmal 3 Wildfires. Ah, wow. Wow, juhu. Naja, okay, okay. 3,28 Dollar. Es geht ja sogar fast, ne. Es ist ja jetzt nicht so viel verloren. Es ist so ein bisschen wie bei der Exploration, ne. Wo du da mit 5 reingehst, 3,60 Dollar rausbekommst, da mal 7 rausbekommst, da mal wieder 4 Dollar und so weiter. Also, ja, komm. Noch einmal will ich gucken, ob ich wieder komplett runterfalle auf die wunderbaren Groundwaters, ja, von denen ich mittlerweile träume. Oder ob da nochmal was Größeres rauskommt. Hm. Naja, naja. Oh, wait a minute. Aller 6,48 Euro. Ich glaube, die will mich da behalten, die Case. Kann das sein, oder was? Okay, okay. If you say so, do ich auch nochmal. Komm, solange wir ja plus sind, Leute, kann ich mich da eher weniger beschweren. Ey, wir haben nur 1% auf die goldene Dinger, ne. 1% und 9% auf die, auf die, ey, wir gehen raus. Das ist ja, das ist ja komplett Hanebüchen eigentlich. Ja, das Hanebüchen hier rumzudrehen. Aber sie erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit mit diesem 1 Dollar da drin, ne. Das ist schon, es ist verlockend. Gerade wenn man halt nicht mit viel reingehen kann, will oder wie auch immer, ne. Da bin ich ja fast dazu verleitet, einmal volle Pulle reinzudrehen, hier in die Collection Case. Und zu gucken, was da so abgeht. Die haben aber schon mal aufgemacht, ne, mit der Cincedera, Cincedera. Wir schauen einfach mal. Ah, da haben wir auch die Berries & Cherries und die Hot Rod rausgezogen, ne. Also eigentlich eine Gönnerkiste, wer mal so will. Ohohohoho. Ohohoho. Nicht. Immerhin wieder 11 Dollar zurückbekommen. Von unseren 45. Die können wir uns jetzt nicht mehr leisten, also wir etwas late. Hot Selling Weapon kennen wir auch. Glove Knife kennen wir auch. Main Weapon Suit und Pistol haben wir letztes Mal aufgemacht. Jetzt haben wir hier unten nur noch weitere Recommended Cases, aber natürlich keine neuen mehr. Ich dachte, hier oben sind die neuen immer und danach sind sie nur noch in ihrem Ding drin. Gamma Doppler kennen wir auch schon. Die hat er auch schon mal gegönnt, glaube ich, die Gamma Doppler. Auf, komm. Gönn mir halt die 5 Ground Waters, da kann ich wieder gehen. Da bin ich beruhigt. Hm. Also beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber in der Statutica P250 CL8, da kann man schon mal putten. Das ist schon ganz nice. Ach, hier ist die in Living Color? Dann machen wir nochmal drei auf. Die, die, zieh die mal da oben hin jetzt. Gönn nochmal die in Living Color. Die ist ja scheinbar, so wird die hier aufgelistet, ist noch nicht mal so viel wert wie die CLA da. In Steady Track. Mach doch mal eine, ja, ja, Groundwater. Hab ich irgendwie genuschelt oder was? Living Color, bitte. So, jetzt, auf, einmal auszahlen und dann ist doch schon gut. Eine pure Gönnung war das jetzt eher weniger, ne? Ja, guck mal, da ist sie auch. Die haben wir letztes Mal auch offen gehabt. Ja, 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 da ist sie. Auf, guck mal, ich habe 20%. Zumindest auf die, also, da kann man schon mal jetzt hier 10 Stück, äh, 5 aufmachen. Ich mach mal 10 auf. Mach mal 10 auf. Also, zumindest The Trader. The Trader, äh, wäre schon komplett, äh, ja, na, la, es geht doch. Sehr, sehr schön, Leute. So werden einem die Wünsche erfüllt. Also, so eine, so eine Color hätte ich schon gerne. Es geht auch vom Preis her, ne? Mit 10 Dollar rein. Gut, wir haben jetzt halt auch eben ein dickes Plus gemacht. Das kann sich natürlich auch sofort ändern. Ähm, und ich glaube, es ist auch ultra, ultra, äh, frech von mir jetzt noch zu sagen, ich will jetzt noch die und dann bin ich fertig. Aber, oh, ja, okay, gut. Gut, für die Frechness bekomme ich das jetzt gedrückt. Dann machen wir noch einmal 3 auf und dann, äh, gehen wir weiter. Na, na, oh, da war sie gerade. Sie war nicht weit entfernt. Nochmal, auf, einmal noch. Gönnung, 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 gönn doch mal. Oh, und diese alte denkt sich, jetzt gönne ich mir mal so. Danke für dein Geld. Und mit dem letzten Geld will ich hier mit einem großen Knall rausgehen aus der ganzen Geschichte. Wir schauen mal, was haben wir hier? Gibt es hier zufällig was für genau 40? Ja, The Prince. Hier haben wir einmal was, das genau 40 Dollar wert ist. Unser letzter Dreherich für heute. Und dann gehen wir entweder mit was Schick im Raus oder mit Depressionen. Hi, Abina, meine Damen und Herren. Ja, wisst ihr was? Wir können noch die Dinger aufmachen, die Sheer the Wolf Case einmal. Komm, gib mir noch was Kleines zu schnuckern mit auf den Weg. Zumindest so ein R8 Ember Fade auf. Kann man sich da beschweren? Ja, man kann. Das war leider ein Schuss in den Ofen. Also wir haben jetzt an Skins diese vier neu dazubekommen. 350 Dollar haben wir rausgeholt. Wir sind mit 550 rein. Im Vergleich zum letzten Mal sind wir somit also wieder mit einem Minus rausgegangen. Sogar 200 Dollar Minus. Das ist natürlich, äh, Aua. Aber zum Schluss, um uns wieder aufzuhellen, das ist ja nicht mein Geld, mit dem ich hier rumdödel. Also ich und wir haben sowieso kein Minus gemacht. Wir haben tolle neue Skins bekommen, die wir in den Giveaways rausdödel können. Somit mache ich jetzt hier wieder einen Cut und dann kommt die Auszahlung. So, tolle Auszahlungszeit. Ich zahle also wieder aus, um euch zu zeigen, wie einfach das geht. Ich habe mir für heute die AK-47 Neon Rider ausgesucht. Leckeres Teilchen, vor allem leckig, schmeckig für den Giveaway. Und noch zwei Filler Skins. Einmal die Desert Eagle und einmal die Griffin. Ich drücke jetzt hier unten auf Withdraw Three Items. Jetzt dauert es wieder kurz. Und dann, flupp, geht hier unten. Da war jetzt auch kein Schnitt drin, so wie die letzten paar Male auch. Dieses, hoppala, Fensterchen auf. Hey, no offer in progress. Das ist jetzt aber schlecht. Moment. Ich gehe trotzdem schon mal rüber und schaue mal eben rein. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Anzeigefehler war. Na also, da ist es doch schon. Also, wir haben ja festgestellt, dass diese Sache auf Zero Skins eh nicht ganz korrekt ist. Also, du hast die Trades schon längst, sogar schon angenommen. Und auf Zero Skins steht immer noch, dass es noch nicht ready ist. Also, ich kann ja mal kurz nachgucken. Na gut, ich habe jetzt hier gar nichts mehr stehen. Das hatte ich jetzt noch gar nicht. Dass es einfach verschwindet. Aber immerhin steht ja Withdrawing. Also, das wurde erkannt. Gut, aber schlimm ist es nicht. Also, ich kann die Sachen jetzt ja annehmen. Und dann ist gut, ne? Zack, bumm. Shazam. Und flupp. Und jetzt gucken wir rein. Und siehe da, die drei Skinnies sind am Schließel. Gerade hiermit haben wir wieder was richtig Leckeres am Start. Oh, wow, wow. So, da lebt. Dann bedanke ich mich bei euch, wie immer, fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und auch für die Likes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Livestreams, in denen dann die ganzen Sachen rausgehauen werden, gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da gibt es immer diese Giveaways mit den Skins und so weiter und so fort, die man sich dort absnacken kann. Also, rein mit euch. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dickenfette Mutter auf die Instagram-Messe.